Wenn die jetzt wieder herkommt, für den Kuh, das ist gut. Ich habe jetzt einmal alle die Lutschreifen. Alle die Lutschreifen? Nee, nee, nee. Ist das schon passiert? Wo ist denn mein Deutsch? Ich bin Deutsch. Jetzt, hier, jetzt steht gar nicht drunter Kuh. Ach da! Wer ist der Blaue? Jetzt Kuh statt Kuh. Oh, echt? Ich habe nur eine Kurve gefahren. Ich war mal blau. Da war noch gar keine Kurve. Scheiße. Danke für den Schmunk. Nein, nein, nein! Fall auch runter, los! Hä? Ich kann doch noch drauf. Dreck genau aufgegangen, ey. Das ärgert mich am meisten immer. Ja, ja, ja. Aha. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. War klar, oder? Also ich kriege den Punkt. Ja. Ich habe den Punkt für deine geile Aktion, der hat die Falsche. Hahaha. Ach, das ist so klasse. Nee, finde ich nicht. Ich fand das auch scheiße. Aber das Spiel ist wieder schwierig rum, wenn man acht Punkte hat, weil die, da hat man auch schon Rückstand wieder umruhlen können. Also. Ja, ob das jetzt einem Torben gelingen mag, das mag ich zu bezweifeln. Hahaha. So wie, so wie der fährt, ja. Oh, ja. Schieb den Smart runter. Schieb den Smart runter. Jawoll. Kann ich mit ihm kommen, oder was anderes? Okay, Vielen Dank.